Oh scheiße, die haben wir jetzt ziemlich hoch aus. Die mag ich nicht fahren. Hallo und willkommen zu neuen Abenteuern. Heute fahren wir zum former Rensee und zwar hat es hier oben ja geschneit. Der Schnee liegt noch teilweise bis an den Boden, aber es sind nur Reste. Ich hoffe, dass die Wege alle frei sind. Zumindest einmal habe ich nichts gelesen. Ob ich durchkomme, seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Ich nehme euch mit. Was ist die Wege? Gefühlte 5 Minuten auf der Strasse schon habe ich mich verfahren, weil ich mich an die Beschilderung gehalten habe. Den Weg nehmen wir nachher mit. Jetzt ist der erstmal irrelevant. Weil wir wollen zum Formarinensee. Da hat man die Abfahrt, die man sich bedient hat und dann kommt so ein Dicke. Die ersten 360 Höhenmeter haben wir schon hinter uns. Ich habe eine kleine Pause gemacht, ich weiß nicht, geht es euch auch so? Der Kälteeinbruch, der, keine Ahnung, der macht mir voll zu schaffen. Die Oberschenkel brennen, ich meine die Kraft ist da, aber sobald ich sie beanspruche, fangen sie an zu brennen und dementsprechend ist jetzt der Genießermodus noch gar nicht aktiviert. Ich muss sie gleich mal suchen. Tadah, vom Marinensee. Der Plan wäre jetzt noch der Strasse zu folgen. Weil ich möchte gerne wissen, was da auf der anderen Seite zu sehen gibt. Da wir heute ja auch zum Sporteln da sind, sind die 100 Höhenmeter ja gar nichts. Es warten ja noch 500 auf mich, wenn der Plan aufgeht, weil den knumpert schon wieder zurück. Jetzt weiß ich auch, wie die 120 Höhenmeter rückwärts, also wieder zurück, zustande kommen, weil wir sind jetzt doch einiges wieder runtergefahren. Hier liegt ein bisschen mehr Schnee, aber der Weg ist frei. Ich bin sehr dankbar, dass es zu Freiburger Hütte raufwärts geht, weil der Rückweg wird umso leichter. Na, hat sich das gelohnt oder hat sich das gelohnt? Die Freiburger Hütte liegt da drüben, von da kommen wir. Aber, weswegen ich hier unten bin, schaut euch das an. Eine Weiterfahrt ist da unten verboten, zumindest laut Schildern. Und laut Karte gibt es da auch keinen Weg auf Komoot. Ich bin jetzt im Mountainbike-Modus, zeigte mir S2 an. Also, ich gehe davon aus, S2 ist D2 zum Wandern und dann kommt man in Dallas runter. Ich gehe jetzt nicht mit dem Bike gehen, wenn man den Weg voraus nicht kennt. Fahren wir mal zur Freiburger Hütte und dann fahren wir mal unten weiter. Geht das zu? Gut, dass ich keinen Hunger habe. Doch. Wurscht, ich habe was mit. Fahren wir mal weiter. Schaut mal, von hier aus sieht das Wasser wie ein Herz aus. Kommt halt immer auf die Perspektive an, gell? Ich bin wieder dick angelegt, weil es geht jetzt runter. Es geht jetzt viel runter und es ist durch den Schnee schon sehr kalte Luft. Und jetzt erkläre ich euch meinen Masterplan. Ihr erinnert euch, dass ich mich am Anfang verfahren habe und dass wir einen Weg für den Rückweg aufgespart haben. Und zwar geht es jetzt für mich gut ein Drittel der Strecke wieder runter. Dann fahren wir rauf zum Spullersee. Den können wir nämlich umrunden und fahren auf der anderen Seite wieder runter nach Lech. Deswegen fahre ich die normale Strecke rauf und über den Spullersee wieder zurück und nicht umgekehrt. Weil das eine Stück runter ist als S1, glaube ich, oder S2 angegeben. Sprich, das wird dann ein steiniger, schwerer Weg. Und den fahre ich lieber runter als drauf. Also eine Bemerkung am Rande vielleicht. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass die Freiburger Hütte geöffnet hat, weil, wie gesagt, letzte Woche hat es geschneit. Der Schnee liegt immer noch. Und es ist jetzt eine Woche schön. Und für die nächste Woche meldet er schon wieder Regen. Und ab Anfang Oktober, also sprich, dann, wenn ihr das Video sowieso seht, meldet er schon wieder Wintereinbruch, sprich Kälte und wahrscheinlich auch wieder Schnee. Und da wir hier schon auf 1.900 Höhenmeter, glaube ich, sind, macht das für die wahrscheinlich keinen Sinn. Oder die Hütte war noch gar nicht offen. Falls sich hier jemand ausgehend, bitte haut sie in die Kommentare, weil sie überhaupt mal offen. Oder ist sie schon seit Jahren zu. Die Zwiebelschichten sind wieder runter. Das ist mal eine kurze Abfahrt. Jetzt geht es 6 Kilometer wieder rauf. Bis zur Ravensburger Rütte. Ich hoffe, die hat geöffnet. Und dann sind wir auch schon am See. So easy geht das. Also heute verläuft die Zeit oder die Strecke relativ kurzweilig. Dadurch, dass es doch sehr kurvenreich ist und rauf und runter ist es eine sehr gute Zeit vertreibende Strecke. Gott sei Dank hat der Wind jetzt keine Chance hier. Vorhin auf dem geraden Stück hatte ich permanent Gegenwind. Da kannst du treten, was du willst, gell? Der schiebt dich so zurück. Wahnsinn. Jetzt geht's. Knackig rauf. Einen letzten Blick zurückwerfen. Wir sind da. Das ist doch mal ein Panoramchen. Wow. Der Weg da drüben, das ist unserer. Ich gehe schon fast davon aus, dass wir da rüber müssen. Komode hat mir die Tour mit 1050 Höhenmeter berechnet. Beziehungsweise ich habe sie so zusammengestellt, dass da 1050 Höhenmeter zusammenkommen würden. Denn jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. 766 habe ich jetzt auf dem Tacho und irgendwo müssen wir noch 300 Höhenmeter abholen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf den letzten 8 Kilometern so viele Höhenmeter zusammenkriegen. Da muss es ja gleich richtig abgehen. Applaus okay je näher ich komme desto brutaler schaut der weg aus da ist die hütte gut ich würde sagen aber tief durchatmen und beißmodus an gott sei dank ist der wind im rücken noch der kann auch drehen damit sie eine vorstellung hat wie viel es bei uns geschneit hatte mal eben so in september zu ravensburger hütte geht es da lang da ist die hütte und wir müssen aber da lang weil komoot hat irgendwie da oben für mich eine strecke geplant wo ich keine sehe wir bleiben auf der straße da kommen wir auch raus aber schaut euch das an der schaut aus wie beim hobbit zu hause sorry für den wind schaut euch das an wie schön es ist echt ein platz zum träumen wenn jetzt noch der himmel blau wäre dann wäre es ja märchenhaft kitschig gut dass der himmel nicht blau ist sonst geht mir das niemand glauben ein blick zurück lohnt sich immer ich habe gesehen da gibt es einen wasserfall hätte ich das gewusst wäre ich die straße noch mal rauf gefahren aber so fahre ich jetzt nicht mehr zurück wenn mich nicht alles täuscht sind wir jetzt hier am höchsten punkt und da geht es wieder runter der weg hier rauf ihr seht das hinter mir ist so eine mischung aus steine und wiese bei komoot ist der als s1 betitelt aber der ist gut zum fahren ich meine hier und da liegen große steine aber man kommt durch also ist es jetzt keine schieberei keine blöckerei geht gut das beste kommt immer zum schloss war eine gute entscheidung zuerst zum vormarinsee zu fahren und dann zum spollersee weil das panorama hier ist dann doch gigantisch also viel viel schöner als am vormarinsee oder täusche ich mich da ich weiß nicht wie oft ich mich heute schon an und ausgezogen habe daraus kann man auch ein trinkspiel machen jacke an jacke aus jacke an jacke aus oh scheiße gut dass wir die rote umgekehrt gefahren sind weil zum rar fahren wäre das echt räumlich aber wunderschön das ist der ursprungsweg oh scheiße wie ist die aber jetzt ziemlich hoch aus die mag ich nicht fahren jetzt wird so steil ok schieben wir ja hat in sich die rotz nase habe ich ich bin wieder zurück in der zivilisation habe jetzt noch ein paar meter bis zum auto aber ich habe mir gedacht bevor der lärm losgeht verabschiede ich mich von euch das waren für mich jetzt über 40 kilometer ich schreibe die Kilometerzahlen genau noch rein und bloß 950 km, ich weiß gar nicht, wo ich um 100 Höhenmeter beschissen habe, mehr Kilometer gemacht als berechnet, dafür aber weniger Höhenmeter, auch komisch, irgendwo wurscht, das war ein wunderschöner Tag in den Bergen, also ich liebe das und ich habe wirklich jede Sekunde genossen, hoffe ihr auch, würde mich über ein Like sehr freuen und wenn ihr das nächste Mal in die Berge gehen wollt, dann hinterlasst mir gerne kostenloses Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video, ciao!